Bringt die Digitalisierung mehr neue Berufe als sie vernichtet oder ist es umgekehrt? Und welche Arbeitsfelder müssen Unternehmen zukünftig berücksichtigen? Das sind zentrale Fragen, die Arbeitnehmer gleich beschäftigen wie Arbeitgeber. Prof. Dr. Gunther Dueck ist Spezialist, wenn es um die Digitalisierung und ihre Auswirkungen geht. Auf dem diesjährigen Business Summit an der Fachhochschule Vorarlberg haben wir den Experten getroffen und ihn zum Interview gebeten. Wir wollten von ihm wissen, wie die Digitalisierung die Arbeitsfelder in Unternehmen beeinflusst. Im Grunde geht es jetzt bei der Industrie bei der Digitalisierung um mehr als sagen wir mal Computer einzuführen, sondern jetzt fangen die Leute das auch schon an zu erkennen, dass man bei Elektromotoren ganz andere Leute braucht und ganz andere Fähigkeiten und so weiter. Und das hat sehr viel damit zu tun, dass die Digitalisierung eben nicht nur die Geschäftsprozesse umstellt, sondern ganz andere Geschäftsprozesse ermöglicht und unter Umständen ganz andere Leute. Die Veränderungsprozesse, die im Zuge der Digitalisierung passieren, sind grundsätzlich für die Gesellschaft keine neuen. Ja, das ist schon mal passiert in der Landwirtschaft damals in 50er Jahren, wo der Trecker kam und dann plötzlich durch den Trecker die Leute keine Arbeit mehr hatten, sind dann in Fabriken gegangen, in Autobau, in Tourismus, haben einen Skilift gebaut, statt Kühe gehütet und dann kriegen die Leute zum Teil ganz andere Berufe. In den letzten Jahren konnten immer mehr Abläufe standardisiert werden. Arbeitsabläufe wurden so stark vereinfacht, dass sogar Kunden diese selbst ausführen können. Ja, es gibt schon seit 1993 so ein Buch, das heißt McDonaldization, dass die Digitalisierung dazu führt, dass die Berufe quasi so nach Schema F laufen. Und da verschieben sich einmal die Kompetenzen als solches und manche werden dann irgendwie so ein bisschen abgewertet, weil sie automatisch gemacht werden. Und mit diesen ganzen Problematiken müssen sich die Leute jetzt verstärkt auseinandersetzen. Es wird also so sein, dass Arbeitsplätze, welche standardisierte Arbeitsabläufe haben, von der Digitalisierung wegrationalisiert werden. Auf der anderen Seite werden gerade in vielen neuen Arbeitsfeldern neue Arbeitskräfte und neue Kompetenzen benötigt.